Immer mehr Deutsche denken bei der aktuellen Situation nur noch an eines, und zwar ans Auswandern. Hey, wie geht es dir? Hast du dir auch schon mal Gedanken gemacht, dein Land zu verlassen und auszuwandern, also dem Megatrend Auswandern zu folgen? Aber da kommt schon direkt die erste Frage, wohin denn überhaupt auswandern? Und was sind dabei die Kriterien, die ich berücksichtigen sollte? Dann bist du in diesem Video goldrichtig. Ich habe dir in diesem Video einige Länder als Inspiration zusammengestellt, und ich habe dir 13 Kriterien zusammengestellt, die dir so ein bisschen beim Auswanderungsdenkprozess helfen sollen, dich unterstützen sollen und ja, viel Spaß damit. Bleib unbedingt bis zum Ende dran, weil dort habe ich noch einen Insider-Tipp für dich, die diese 13 Kriterien noch ein wenig einfacher machen und für mich eigentlich der wichtigste Punkt und das wichtigste Kriterium sind. Hey, ich bin Stefan Bernds, ich bin Zypern-Consultant und ja, mittlerweile ist Auswandern zu einem Megatrend geworden. Jeder vierte bis jeder fünfte Deutsche einer Generation wandert aus. Natürlich gibt es auch Zuzug, das wissen wir, aber es ist mittlerweile gesellschaftlich anerkannt, das Land zu verlassen, auszuwandern und sein Seelenheil, sein Glück, woanders in der Welt zu suchen, besonders in der aktuellen Situation. Sogar ist es so, seit ich 2016 Deutschland verlassen habe, hat sich die Anzahl der Auswanderer, die Deutschland verlassen, sogar verdoppelt. Und ja, ich lese dort nicht irgendwelche schlauen Statistiken, weil du weißt selbst, trau nur einer Statistik, die du selbst erstellt hast. Ich will das andere Wort gar nicht verwenden, du weißt, was ich meine, sondern ich habe tagtäglich mit Klienten zu tun und die berichten mir ihr Feedback. Und gerade Sommer, Spätsommer 2022, also dieses Jahr, war es so, dass Unternehmer mir gesagt haben, hey, wir wollten von unserem Hausstand einiges an die Caritas, ans örtliche Caritas Haus geben in Süddeutschland. Und die haben dankend abgewogen, die haben gesagt, hey, wir sind proppenvoll, wir haben keinen Platz mehr bis unter den Dachboden. Wir wissen nicht, wohin mit dem Hausstand, ja, weil so viele Menschen auswandern. Und das ist die aktuelle Situation 2022. Ja, welche Länder sind denn überhaupt beliebt? Wo ist es sinnvoll, sich näher mit zu beschäftigen? Und wo kann man hin auswandern? Weil viele Länder kommen gar nicht in die nähere Wahl. Ich habe dir hier ohne Anspruch auf Vollständigkeit mal einige Länder zur Inspiration zusammengestellt. Und vielleicht hast du das eine oder andere Land auch schon mal selbst für dich in die nähere Wahl gezogen. Und ja, gibt dir auch hier weitere Ideen nochmal. Also Land Nummer eins, Dubai oder die Vereinigten Arabischen Emirate. Dubai ist ja eine Stadt und ein Emirat zugleich. Und es gibt aber noch viel, viel mehr Emirate. Also deshalb vereinigte Arabische Emirate. Das hat natürlich steuerliche Vorteile. Ja, du darfst aber auch bedenken, dass du dort in der Wüste bist. Das heißt, du lebst zwischen neun bis zehn Monate vollkommen klimatisiert. Du hast sehr, sehr heiße klimatische Bedingungen dort. Temperaturen permanent über 40 Grad. Im Sommer teilweise bis zu 50 Grad. Das wird sich in den nächsten Jahren auch noch weiter dorthin entwickeln. Also gibt es eine Untersuchung, wie gerade in diesen Wüstenstaaten sich die Temperaturen entwickeln. Also das unbedingt im Hinterkopf auch behalten. Aber es ist natürlich eine faszinierende Region. Passiert eine ganze Menge. Hohe Innovationsfähigkeit. Aber jetzt sind wir schon bei den Kriterien. Da will ich gar nicht zu tief jetzt reingehen. Land Nummer zwei, die Schweiz. Gerade bei Deutschen schon immer beliebt durch die Nachbarschaft, durch die Nähe. Ich bin schnell in wenigen Autostunden wieder in der Heimat. Bei Freunden, Bekannten oder Eltern kann die besuchen. Steuerliche Situationen und auch eine gewisse Neutralität der Schweiz ist gegeben. Wobei auch hier in den letzten Jahren gewisse Dinge sichtbar wurden oder werden. Und wie gesagt, es gibt immer mehrere Kriterien, wie man ein Land betrachten sollte, wenn man eine Auswanderungsentscheidung trifft. Deshalb werden wir auch später die Kriterien uns anschauen. Deshalb hier nicht zu sehr in die Tiefe. Spanien und deren Insel. Spanien ist ein wunderschönes Land. Dort die Balearen oder auch die Kanaren. Bei Deutschen seit Jahrzehnten beliebtes Urlaubsland und natürlich auch ein Auswanderungsland. Das Nachbarland Portugal ist auch bei sehr, sehr vielen hoch im Kurs. Ich kenne viele, die dort hingegangen sind, dort leben. Sehr hoher Lebensstandard, schöne Natur, ähnlich wie bei Spanien auch. Dann Mexiko. Gerade in den letzten zweieinhalb Jahren durch die C-Situation sehr, sehr beliebt und ganz, ganz weit nach oben bei den Auswandererländern. Aber auch hier zu berücksichtigen, andere Kultur, anderer Kulturkreis, andere Zeitzone, sprachliche Barrieren, die eventuell hier zu berücksichtigen sind. Dann in den letzten drei, vier, fünf Jahren war immer wieder Georgien ein Thema für viele. Hier konnten wir beobachten, dass die Steuerlich-Situation mal eben geändert worden ist von der politischen Führung. Dort sollten Unternehmer dann auf einmal Nachzahlungen leisten. Auch hier die geografische Lage zu berücksichtigen, da hat sich ja in den letzten Monaten einiges geändert und das muss man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Schweden, viele ist Schweden oder auch Dänemark sehr, sehr beliebt, die gerne halt, sag ich mal, in kühle Regionen gehen möchten und einmal noch die Nähe auch zu Deutschland haben. Dann Paraguay. Paraguay war auch schon immer ein Auswanderungsland für Deutsche, seit dem Zweiten Weltkrieg sogar, anderer Kontinent, weite Distanz zu Europa. Genauso Panama, hat natürlich immer steuerliche Vorteile auch gehabt, aber auch wunderschöne Gegend, wunderschöne Natur. Ein Klassiker, die USA, ja, auch dort ist nicht mehr alles grün, was grün sein sollte oder, ja, du weißt, was ich meine. Die USA, vor allen Dingen in den letzten zwei Jahren, haben sich massiv zum Schlechteren verändert und, ja, natürlich kommt man dort auch nur rein mit einem entsprechenden, mit einer entsprechenden Green Card, Aufenthaltsgenehmigung, Visum und das sollte man sich also auch genau anschauen, ob die USA immer noch das Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist und der Träume auch letztendlich ist. Und, ja, last but not least, mein Traumland natürlich, Zypern, ja, gerade in den letzten sechs Jahren, seit ich hier lebe, haben viele tausend Familien, Menschen Zypern als ihr Heimatland erkoren. Und warum das so ist, da werden wir ein ganz eigenes Video drüber machen. Das solltet ihr jetzt erstmal einen kleinen Überblick geben zu den unterschiedlichen Ländern, die möglich sind. Vielleicht hast du das ein oder andere Land schon auf dem Schirm gehabt oder auch ein neues jetzt nochmal für dich entdeckt. Hier nun die Kriterien. Kriterien Nummer eins, die politische Stabilität des Landes, wo du hin auswanderst. Also, wie groß ist meine persönliche Freiheit und Sicherheit, ja, Thema Inflationsschutz, aber auch Kriminalitätsrate, Rechtsstaatlichkeit, Korruption, ja, das sind alles Themen, wo man mal einen Gedanken drüber verlieren sollte. Die unternehmerische Freiheit, ja, wenn du Unternehmer bist, aber auch Arbeitsfreiheit, wenn du Angestellter bist, religiöse Freiheit, ja, Thema Arabische Länder, ja, wenn du nach in die Vereinigten Arabischen Emirate auswanderst, ja, dort ist ein anderer Umgang, ja, ich sag mal, mit Zärtlichkeit im öffentlichen Raum, ja. So, weiß von Freunden zum Beispiel, die, ja, einfach spazieren gegangen sind und mal die Hand bei ihrer Partnerin aufs Gesäß gelegt haben und das wurde schon direkt geahndet, ja. Gehst du zum Beispiel nach Saudi-Arabien, haben wir nochmal ganz andere Restriktionen. Ja, nicht umsonst sagt man, andere Länder, andere Sitten, also denk da auch bitte drüber nach, wie ist die Situation in den entsprechenden Ländern. Handelsfreiheit, auch das hat zur politischen Stabilität Einfluss und natürlich auch die Investitionsfreiheit, wenn du Unternehmer bist, ist auch das ein Thema, wie leicht kannst du als Unternehmer in diesem Land investieren oder aus diesem Land heraus investieren. Kriterium Nummer zwei, die steuerliche Situation, die betrifft uns natürlich alle, ob ich jetzt Unternehmer bin, ob ich Angestellter bin oder ob ich Freiberufler bin oder vielleicht sogar auch Privatier, Rentner. Also, wie ist die steuerliche Situation in dem entsprechenden Land, Einkommenssteuer, Körperschafts- und Vermögenssteuer, da solltest du drüber Bescheid wissen. Kriterium Nummer drei, die Sprachbarriere. Kommst du also mit dem aktuellen Sprachschatz, mit den aktuellen Sprachkenntnissen in dem entsprechenden Land, wo du hin auswanderst, zum Beispiel klar. Ja, also für mich war zum Beispiel ein Land, wo ich nicht mit Englisch klarkomme, keine Option. Ja, und das ist für mich zum Beispiel in Zypern ein Top-Kriterium Nummer eins, dass ich hier wunderbar mit Englisch klarkomme und noch nicht mal Griechisch lernen muss. Ja, und das solltest du unbedingt berücksichtigen, also welche Sprache wird dort gesprochen, ja, wie weit ist Englisch verbreitet oder gibt es vielleicht sogar eine große deutschsprachige Community, die dir auch vielleicht sogar schon hilft und dort auch entsprechend dich unterstützen kann. Kriterium Nummer vier, die klimatischen Bedingungen, sprich lieber Sonne, Strand und Meer oder Berge. Es soll ja Menschen geben, die mögen gar keinen Strand oder Sonne und Meer, kann ich bis heute nicht verstehen, also die zieht es mehr in die Berge. Manche wollen beides haben, ja, so manche mögen es lieber kühler, die gehen dann mehr, ich sag mal, in die nördlichen Breitengrade. Manche fühlen sich unglaublich wohl in subtropischen Gefilden, ja, so das ist also ganz, ganz individuell, sollte es aber auf jeden Fall auf dem Schirm haben, weil das Wetter oder das Klima, wissen wir alle, verändert sich, ja, in allen Regionen und dort auch mal mit Menschen, die dort leben, entsprechend sprechen, ist auf jeden Fall ein entscheidender Vorteil für dich. Kriterium Nummer fünf, Zivilisierungsgrad. Was ist damit gemeint, ja, also wie entwickelt sich das Land in Bezug auf Kultur, Ausbildung, Innovation und Entertainment, ja. Ja, Kultur, welches Kulturangebot gibt es dort, ja, wird dort Kultur gepflegt, hat das Land eine reichhaltige Kultur? In den meisten Ländern ist das tatsächlich der Fall, also auch dort hat man dann entsprechend, ja, ein entsprechendes Angebot. Dann die Ausbildung, gibt es internationale Schulen, Kindergärten, können meine Kinder dort ein internationales Abitur machen oder auch ein Studium machen? Denk auch immer darüber nach, wenn du eine Auswanderungsentscheidung triffst, das ist nicht für immer, ja, auch wenn du jetzt mit kleinen oder mittelalten Kindern, Teenager heißen die, auswanderst, ja. So, du wirst vielleicht irgendwann mal zurückkommen oder die Kinder werden in fünf oder zehn Jahren älter sein und gehen dann selbst in die Welt hinaus. Aber schau einfach, welche Möglichkeiten, welche Basis bietet die entsprechende Ausbildung. Dann natürlich die Innovationsfähigkeit eines Landes. Ist das mehr ein dritte Weltland, wo du auswanderst oder ist es ein modernes Land, ein aufstrebendes Land, ein Land, was innoviert und, ja, sich weiterentwickelt permanent? Auch ein ganz wichtiger Faktor. Und natürlich Entertainment, ja, also was wird dir dort entsprechend geboten, ja, wie ist der Lifestyle, ja, wie ist die Lebensqualität, welche Möglichkeiten hast du in diesem Land? Weil du möchtest ja dort nicht nur arbeiten, vielleicht willst du sogar deinen Lebensabend dort verbringen oder, ja, einfach mal zwei, drei Jahre nichts machen und dort brauchst du ein entsprechendes Angebot. Medizinische Vorsorgung, Kriterium Nummer sechs, also wie sieht es aus mit modernen Krankenhäusern, Ärzte, wie ist die Krankenversicherung dort entsprechend organisiert? Brauche ich eine private Krankenversicherung oder kann ich mich auf die gesetzliche Krankenversicherung dort entsprechend verlassen? Auch diese Gedanken sollten mal in deinem Kopf sein. Kriterium Nummer sieben, die Sauberkeit eines Landes, also wie sieht es mit dem Umweltschutz, mit der Umweltverschmutzung und dem Umweltbewusstsein, des entsprechenden Landes aus, wo du hin auswanderst, ja, so, es gibt Länder, die haben wundervolle Natur, aber überhaupt kein Umweltbewusstsein. Dort ist es komplett vermüllt, verdreckt, also ich habe immer wieder Freunde, Bekannte, die mir das aus Indien erzählt haben. In Indien war ich selbst schon, sondern Indonesien, ja, oder aus asiatischen Ländern, Philippinen zum Beispiel, ja, so, und das ist natürlich traurig, wenn du eine wundervolle Natur hast, ein Paradies hast, aber trotz alledem die Einheimischen vor allen Dingen dann kein Bewusstsein haben. Und das entsprechend, ja, vor Drecken, vor Müllen, dieses Land ist auch nicht so toll. Der Punkt Nummer acht, also das achte Kriterium hat damit zu tun, ist die Wasserqualität. Also habe ich einfach Zugang zu qualitativ gutem Wasser? Ja, Wasser ist ein entscheidender Faktor für Lebensqualität und auch der sollte unbedingt berücksichtigt werden. Kriterium Nummer neun, Erreichbarkeit und geografische Lage. Schweiz zum Beispiel ist sehr beliebt, weil du schnell in wenigen Autofahrstunden in Deutschland wieder bist, ja, oder auch ringsherum, ja, und das solltest du also auch auf dem Schirm haben. Bin ich in einer komplett anderen Zeitzone, ja, muss ich erst Tage fliegen oder 10, 12 Stunden, bis ich zu Hause bin, ja, wie schnell kann ich mit einem Direktflug oder mit einer Autofahrt nach Deutschland gelangen? Das sollte deine Frage entsprechend sein. Andere Zeitzone, anderer Kontinent, anderer Kulturkreis, ist es das, was du willst oder brauchst du entsprechende Nähe? Kriterium Nummer zehn, die Aufenthaltspflicht. Also wie viele Tage muss ich mich in dem Land aufhalten, um die steuerlichen Vorteile in Anspruch nehmen zu können? Sprich, dort auch entsprechend Text Resident zu sein in dem Land. Auch das sind ganz, ganz fundamentale Dinge, die du klären solltest für dich. Dann die Lebenshaltungskosten, ja, was ist das Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zum Heimatland? Ist es signifikant höher oder vielleicht sogar niedriger, ja, Beispiel, wenn du in die Schweiz gehst, rechne mal locker 20 bis 30 Prozent mehr Lebenshaltungskosten ein. Gehst du in die Türkei, dann wird es aktuell 30 bis 50 Prozent günstiger sein durch den Verfall der Lira und die hohe Inflation, die wir dort haben, ja. So, das sind Dinge, die sich natürlich auch verändern, aber die gerade aktuell auch berücksichtigt werden dürfen. Kriterium Nummer zwölf, Mentalität und Kultur. Wie werde ich in dem entsprechenden Land, ja, willkommen geheißen? Wie schnell und wie einfach kann ich mich dort integrieren? Auch wieder Sprachkenntnisse, Sprachbarrieren. Und, ja, was ist das überhaupt für eine Kultur? Ja, ist es eine weltoffene Kultur? Oder, ja, wie werden dort Europäer, wie werden Deutsche entsprechend dort willkommen geheißen? Auch da würde ich mir vielleicht den einen oder anderen Gedanken mal drüber machen. Kriterium Nummer 13, Visumaufenthaltsgenehmigung. Mach dir Gedanken und informiere dich, was sind die Bedingungen, um in das entsprechende Land einzuwandern? Also, was für ein Visum brauche ich? Was für eine Investition brauche ich? Ja, zum Beispiel Investitionsvisum oder Greencard USA. Muss ich, ja, erst eine Immobilie erwerben, um dort entsprechend sesshaft zu werden? Das sind alles Überlegungen, die sollte man im Vorfeld auch schon anstellen. So, das waren nun eine ganze Menge rationale, analytische Kriterien, die alle ihre Berechtigung haben. Aus meiner Sicht heraus ganz wichtig sind, sich dort mal Gedanken zu machen. Aber ich möchte jetzt, wie versprochen, zum Schluss, ja, noch einen Insider-Tipp auf den Weg geben. Und das ist auch, wie gesagt, aus der Praxiserfahrung heraus. Wir haben immer wieder Leute, immer wieder Klienten, die nach Zypern auswandern und die sagen, Stefan, ich war noch nie auf Zypern, ja, aber ich habe einfach eine Verbindung zu diesem Land. Ich habe eine Intuition zu diesem Land. Und das Land ruft mich. Und das kann natürlich in anderen Ländern genauso sein. Und wenn du dieses Gefühl hast, ja, und das hat jetzt nichts mit dem Kopf zu tun, sondern mit ganz anderen Kriterien, dann folgt diesem Gefühl, ja. So, setz dich einfach ins Auto, buch deinen Flug, guck dir dieses Land an und schau, kriegst du dieses Feeling, ja, kannst du dir vorstellen, dort zu Hause zu sein, kannst du dir vorstellen, dort die nächsten Jahre deines Lebens zu verbringen, ja. Und wie gesagt, mach dich da frei, nimm den Druck raus, es muss nicht für immer sein. Es kann für immer sein. Viele sagen, okay, ich werde meinen Lebensabend dort vollbringen, aber hör auf deine Intuition und dann einfach go, wenn du den Ruf hast, ja, setz dich in den Flieger und schau dir das Land entsprechend an. Also nach meiner Erfahrung werden die meisten Auswanderungsentscheidungen emotional getroffen, weil wir sind emotionale Menschen, wir sind emotionale Wesen. Und natürlich spielen die ganzen rationellen Punkte eine Rolle und dürfen auch berücksichtigt werden, aber letztendlich brauchst du dieses Gefühl, du musst das Feeling haben, sagen, ja, hier fühle ich mich zu Hause, ja, und daraus entwickelt sich dann die Vorfreude und, ja, dann geht auch alles weiter im Auswanderungsprozess viel, viel einfacher, als wenn du nur mit Fragen, Ängsten und Bedenken, ja, dir die ganze Zeit den Kopf zermaterst. Das ist nicht wirklich die Energie, die du brauchst beim Auswandern. So, wie sieht es aus mit dir? Hast du schon dein persönliches Auswanderungslieblingsland? Schon definiert? Vielleicht dir das schon sogar schon angeschaut? Also bist du dort schon mal ein, zwei Wochen gewesen? Hast vielleicht sogar Probewohnung mal gemacht für mehrere Monate? Ja, was sind deine persönlich wichtigsten Kriterien? Schreib mir die gerne mal unter dem Video in den Kommentaren. Ich bin absolut gespannt drauf. Vielleicht habe ich ja sogar ein Kriterium auch vergessen, was du sagst. Hey, das ist absolut wichtig, wo man dran denken sollte. Und, ja, freue mich auf deinen Kommentar. Abonniere den Kanal, wenn dir das Video gefallen hat. Teile es gerne, auch mit deinen Freunden, wenn du es hilfreich findest und die vielleicht sogar auch schon am Sprung sind und, ja, ihr euch beim letzten Stammtisch über das Auswandern unterhalten habt, dann sind die da sicherlich sehr dankbar, wenn sie die ein oder andere Inspiration bekommen. Bist du jetzt auch schon ganz heiß aufs Auswandern und kannst es gar nicht abwarten, dann schau dir unbedingt mein letztes Video an, die Top 3 Fehler der meisten Menschen beim Auswandern und vor allen Dingen, wie du sie vermeidest. Ja, du findest den Link hier oben im Video. Einfach draufklicken und hast dort viele spannende Tipps drin. Ja, ich freue mich auf dich beim nächsten Video und hoffe, du hast eine ganze Menge Inspiration hier in diesem Video erhalten. Ja, viel Freude beim Auswandern. Dein Stefan Berns. Ja, viel Freude beim Auswandern. Ja, viel Freude beim Auswandern. Vielen Dank.